Für viele Grillfans gibt es nichts Schöneres, als den Tag mit einem schönen Grillabend ausklingen zu lassen. Aber welcher Grill ist dafür am besten geeignet? Im Dehner Ratgeber für Grills und Zubehör erfahren Sie heute die Vorteile der verschiedenen Grilltypen und mit welchen variablen Grillsystemen Sie die kulinarische Vielfalt auf Ihren Grill holen können. Wer das echte Grillgefühl am selbstgemachten Feuer liebt, greift zum Klassiker unter den Grillgeräten, dem Holzkohlegrill. Es gibt ihn in verschiedenen Formen und Größen. Er ist ideal für das Grillen zu Hause, im Garten oder auf der Terrasse und vor allem für unterwegs. Kohlegrills gibt es aus verschiedenen Materialien. Der Kohlegrill aus Edelstahl ist besonders langlebig. Mit einem Keramikgrill können besonders hohe Temperaturen erreicht werden. Ein Kugelholzkohlegrill ist dank seiner geschlossenen Form auch ideal zum Backen, Kochen, Garen und Räuchern. Holzkohlegrills sind günstiger in der Anschaffung, dafür etwas aufwendiger zu reinigen. Das Anheizen des Holzkohlegrills dauert länger als beim Gas- oder Elektrogrill. Über die Lüftungsschlitze kann die Temperatur geregelt werden. Ob klassische Holzkohle oder Briketts, es kommt auf die Länge des Grillvergnügens an. Für lange Grill-Events eignen sich hervorragend Däner-Grill-Briketts. Die Briketts brennen leicht. Es dauert eben eine Zeit, bis sie ihre volle Hitze, also die Glut, erreichen. Glühen sie aber mal, hat man wirklich eine gleichmäßige Temperatur über drei bis vier Stunden und es steht einem tollen Grillabend nichts im Wege. Die klassische Holzkohle zündet und brennt sehr schnell. In der Regel entwickelt sich auch größere Hitze. Besonders geeignet für kurze Grill-Events. Für Liebhaber des typischen Barbecue-Geschmacks ideal. Auch ein Gasgrill überzeugt mit dem typischen Grillgeschmack. Durch das schnelle Anzünden und eine leichte Handhabung ist der Gasgrill die erste Wahl für viel Griller und alle, die ihr Essen gerne schnell auf dem Teller haben. Beim Gasgrill entfällt das lästige Reinigen des Grillrostes durch das sogenannte Ausbrennen. Ausbrennen, das heißt, man fährt den Grill einfach nach dem eigentlichen Grillen nochmal in der Temperatur hoch. So brennen diese Reste aus. Beim Gasgrill achtet man vor allem auf gute Qualität und gute Verarbeitung. Das macht ihn natürlich auch etwas teurer. Durch die geringe Geruchs- und Rauchentwicklung ist er natürlich auch ideal einsetzbar auf Balkonen. Für den Betrieb des Gasgrills ist der Kauf und die Lagerung einer Gasflasche notwendig. Der Gasgrill ist vielseitig einsetzbar, eignet sich zum Garen und Kochen und ist ideal für vegetarische Gerichte, da die Temperatur sehr gut regulierbar ist. Ein Elektrogrill ist die ideale Lösung für das urbane Grillen auf dem Balkon oder der Terrasse. Oft ist dort der Einsatz eines rauchenden Holzkohlegrills nicht erwünscht oder gar untersagt. Mit einem modernen Elektrogrill kann man nicht nur grillen, sondern auch kochen und garen. Einzige Voraussetzung? Eine Steckdose. Dank der stufenlos regulierbaren Temperatur kann man mit einem Elektrogrill wirklich mühelos verschiedene Köstlichkeiten zubereiten. Der Elektrogrill eignet sich besonders für kleine Haushalte, für den schnellen Einsatz, ist einfach in der Handhabung und auch leicht zu reinigen. Grillkamine sind voll im Trend. Die feststehenden Grillkamine sind aus wetterbeständigem Material und werden direkt in die Terrasse oder den Garten eingemauert. Es gibt sie in vielen verschiedenen Ausführungen. Gartenkamine sind vielseitig nutzbar. Als Grill- oder Pizzaofen lassen sich leckere Gerichte zaubern und als Feuerstelle spenden sie an kühleren Abenden eine angenehme Wärme. Zusätzlich ermöglicht Ihnen das variable Grillsystem von Dena, kurz VGS, eine eigene kulinarische Welt zu genießen. Durch diverse Einsätze wird Ihr Grill zur echten Outdoor-Küche. Das System eignet sich für die Serien Lancaster, Little Joe und Big Joe. Die gusseiserne Wendeplatte ist beidseitig nutzbar. Die glatte Seite eignet sich perfekt für Fisch und Gemüse und die geriffelte Seite für Steaks. Diese verleiht dem Steak das charakterische Branding. Auf einem Grill ist jedoch weitaus mehr möglich. Auch asiatische Spezialitäten gelingen dank des VGS Dena Woks hervorragend. Die Hitze ist im Woks schnell erreicht und dank des gusseisernen Woks verteilt sich die Hitze sehr gleichmäßig und das Garen ihrer Speisen gelingt hervorragend. Für die meisten Grill-Liebhaber entscheidet am Ende der Geschmack darüber, für welche Art von Grill sie sich entscheiden. Leckere Gerichte lassen sich auf jedem Grill zubereiten. Leckere Gerichte Leckere Gerichte Leckere Gerichte Leckere Gerichte Leckere Gerichte Leckere Gerichte Leckere Gerichte